Ja, 24 Stunden mit dem neuen iPad sind um und ich habe so viele Zuschriften schon bekommen, weil ich ja geschrieben habe, dass es endlich eingetrudelt ist mit Fragen zum iPad mit Nanotexturglas, ja dem matten iPad. Wie ist es und wie läuft es? Kannst du schon ein Video dazu machen? Dachte ich, komm, machen wir ausnahmsweise mal ein 24 Stunden aller allererster Eindruck von Nanotexturglas Video. Da ist das gute Stück. Seht ihr, ich habe es inzwischen komplett eingerichtet. So schaut es aus. Was ist mir im Alltag damit aufgefallen? Ja, mir ist sehr, sehr viel damit aufgefallen. Das ist wirklich erstaunlich. Man kann es wirklich mal wieder mit der alten Floskel benamsen. Es ändert alles. Es fühlt sich wirklich, es fühlt sich, also wirklich auch haptisch fühlt es sich ganz anders an als das andere iPad und optisch sowieso. Also gehen wir die Eindrücke ja so ein bisschen der Reihe nach durch. Was sofort auffällt, wenn man es in die Hand nimmt, ja ist, das hier ist viel, viel samtiger als der Hand. Wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, ihr könnt mal mit dem, wenn ihr mit dem Finger bei einem iPhone, also bei einem neuen iPhone merkt es sowieso. Hier drüber fährt, ist es einfach wie beim normalen iPad und das Nanotexturglas fühlt sich so an wie die Rückseite. Man kann mit dem Finger viel, viel schneller und besser drüber schieben. Man stockt nicht, man klebt nicht. Man ist viel, viel schneller. Man muss aber auch viel präziser sein. Ich schreibe ja auch im Zehnfingersystem auf dem iPad und hier, man rutscht dann auch wahnsinnig schnell drüber. Und ja, man muss sich ein bisschen umgewöhnen. Es fühlt sich ganz anders an. Es fühlt sich wirklich, das hat mir damals im Test der Paper-Like-Folie am besten gefallen. So diese feine, leicht samtige Textur, die man da drauf klebt. Und ansonsten war ich ja nicht so Fan davon. Aber das hat man jetzt hier halt auch. Also wenn man da drüber fährt, man klebt nicht mit den Fingern. Man kann einfach nur so drüber sausen. Schwupp, schwupp, schwupp. Da ist ein bisschen, als würde man so durch die Luft sausen. Also nur schon ohne jetzt, dass man drauf guckt, einfach nur blind spürt man sofort, welches iPad man in der Hand hat. Das, wo man einfach effortless wischen kann, ist das Nanotexturglas. Das, wo man halt ein bisschen, was halt einfach ist, wie man es sich die letzten 15 Jahre gewohnt ist, ist das normale Glas. Man spürt es also schon sofort. Mit dem Stift merkt man es ein bisschen weniger. Ich merke es wirklich mit den Fingern. Es fühlt sich viel, viel schneller und ein bisschen eleganter an. Und das andere, was auch sofort auffällt, ich kann euch das hier mal zeigen. Das ist Google Maps. Oder nein, Google Earth ist es. Damit New York. Das Erstaunliche daran ist, also man kann halt einfach eleganter nochmal zoomen und drehen, weil man mit den Fingern nicht stockt oder sowas. Man saust einfach unendlich drüber. Was haben wir hier so? Ah, da sind wir unten in der Stadt. Ja, da seht ihr, da habe ich auch viel Zeit damit vertrödelt. Das Erstaunliche, der andere Effekt ist, im Video ist das schwer zu zeigen, aber es sieht so aus, als wäre kein Glas auf dem Display drauf. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch und komisch. Es fühlt sich an, als würde man die Pixel anfassen, als wäre kein Glas drauf. Ich bin mich so gewohnt, dass es irgendwie, es ist schwierig zu sagen, dass es irgendwie Reflexion hat, dass irgendwo was drauf ist. und hier ist, wenn man so drauf guckt, man hat fast Angst, drauf zu fassen, weil man fasst wirklich in die Pixel rein. Das ist so ein surrealer Effekt. Es ist wirklich, als würde man jetzt dieses Hochhaus anfassen. Sonst fühlt es sich immer an, als würde man eine Glasscheibe anfassen. Ja, die iPads mit den laminierten Bildschirmen waren schon immer gut, aber hier ist es wirklich so, als würden die Pixel direkt an der Oberseite des Touchscreens kleben. Das Ganze, ich habe es auch so ein bisschen surreal, habe ich es schon genannt, wenn Freunde gefragt haben. Oder ja, auch so ein bisschen Uncanny Valley. Also dieses, irgendwie ist es seltsam, irgendwie ist es komisch. Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, weil der Bildschirm halt wirklich praktisch nicht reflektiert. Das ist meistens so, wie wenn eine, mich hat es ein bisschen erinnert an die Vision Pro oder die MetaQuest-Brille. Da schweben ja auch Fenster vor den eigenen Augen. Es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn es ein virtuelles Fenster wäre. Weil mein Hirn ist so drauf trainiert, dass es immer irgendwo Reflektionen hat und dass es halt einfach ein Bildschirm ist. Das hier schaut einfach nicht aus wie ein Bildschirm. Im Video ist es schwer zu zeigen, aber es ist wirklich ganz seltsam. Der Negativeffekt davon ist, ich habe gestern die ganze Zeit meine Brille geputzt, ich habe das iPad ohne Brille genutzt, dann habe ich die Brille wieder angezogen und dann habe ich überlegt, ja, was ist es denn? Es fühlt sich einfach seltsam an. Und das ist einfach, ich bin es mich gewohnt, dass man einfach irgendwo hinguckt auf einem iPad und das richtet man dann so aus, dass es wirklich gut ist für die Augen. Aber hier kann man halt aus dem Augenwinkel, sieht man, das ganze Bild ist knackscharf. Das ist wirklich das Erstaunliche. Vermutlich, wenn man jetzt da mit dem Mikroskop rangeht, ist das andere schon schärfer, weil das ist ja dieses Nanotexturglas, was alles ein bisschen verschummert, aber weil es keine Reflektionen hat, es fühlt sich einfach alles viel, viel realer an. Ich kann es euch mal bei Fotos zeigen. Ich habe darauf auch Fotos angeguckt. Wo haben wir sie? Ich habe extra einen Ordner erstellt mit meinen Lieblingsfotos, die man darauf angucken kann. Das ist das beste Beispiel. Hier da die Reflektionen im Wasser drin. Es sieht einfach unglaublich aus, wenn man es in echt anschaut. Im Video, ich kann es hier einfach ein bisschen bewegen, vielleicht erzeugt es denselben Effekt, aber ich bin mir nicht so sicher. Es sieht einfach, es sieht wirklich aus, als könnte man reinfassen. Ich habe auch Filme darauf geguckt. Es sieht, eigentlich war ja die Erwartung, dass das normale iPad mit dem Glanzbildschirm das Bessere ist, um Filme zu gucken, weil es da ja das Bessere Schwarz hat ein bisschen, weil es ja nicht dieses Nanotexturglas hat. Das Lustige ist, ich habe dann den Batman-Film, den neuen, damit dieser wunderbaren Szene für OLED, habe ich mir auf beiden iPads angeguckt, auf dem Hochglanz und auf dem Nanotextur-iPad. Ich muss sagen, mir hat es auf dem Nanotextur-iPad besser gefallen, was mich überrascht hat, weil ich dachte, gerade Filme gucken ist dann eher der Effekt, wo das andere gewinnt. Ich fand nicht, man hat da wirklich das Gefühl, man könne reinfassen, oder auch wenn man Fotos von Leuten anguckt, dann nehmen wir den hier. Es sieht einfach, es sieht nicht aus wie ein Bildschirm, es schaut aus wie eine Mischung aus einem auf mattes Papier ausgedruckten Foto und der Realität, dass man reinfassen kann. Es ist wirklich, ihr habt es jetzt auch wieder gesehen, ich musste gar grinsen, erstens natürlich, weil ich es bin und es ein bisschen surreal ist, sich selbst anzugucken, aber es sieht einfach aus wie echt und nicht wie ein Bildschirm. Also ich bin da wirklich sehr, sehr überrascht davon und das ist zum Beispiel auch ein gutes, bei dieser Gückel, den ich mal fotografiert habe, der springt einem einfach an. Und was mir auch aufgefallen ist mit diesem Nanoglas, ich habe das iPad auch ein bisschen rumgezeigt und heute hatten wir auch wieder Besuch und der Besucher hat irgendwie gesehen, dass ich das iPad in der Hand habe, aber ich habe nichts erwähnt. Der Besucher hat sofort gemeint, was ist denn das? Das sieht irgendwie seltsam, das ist ja viel, was ist das? Sieht irgendwie, und danach hat sich dann aufgelöst, dass das das Nanotextur-iPad ist. Die Person wusste nicht, dass es sowas gibt, aber hat sofort festgestellt, dass es ganz anders ausschaut, dass es viel, viel entspannter ausschaut, dass es wie echt ausschaut. Als ich dann gesagt habe, was der Spaß kostet, war natürlich die Freude schnell vorbei, aber der Effekt ist wirklich real und es ist wirklich erstaunlich. Ich habe da auch schon gearbeitet, ich habe da auch Video geschnitten, das Video von gestern habe ich da mitgeschnitten. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Das Aufsoomen funktioniert einfach viel zuverlässiger, weil die Finger dann viel, viel eleganter über dieses Glas sausen. Das ist erstaunlich. Wer sehr, sehr viel auf Touchscreens arbeitet, wird das sofort feststellen. Es ist viel einfacher, das zu bedienen als die normalen. Nicht, dass die anderen schlecht zu bedienen wären, aber wenn man das mal hatte, ist man danach verzogen. Nein, es sind wirklich ganz, ganz viele so surreale, ungewohnte Erlebnisse da mit diesem iPad. Und wie gesagt, eben beim Lesen muss ich mich auch so ein bisschen dran gewöhnen. Ja, wo guckt man jetzt und warum sehe ich das oben rechts auch so scharf und warum verschwimmt das nicht oder warum hat es da nicht mehr Reflexionen drauf? Also ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Gewöhnungseffekt. Darum ist es vielleicht gar nicht so blöd, dass ich dieses schnelle erste 24-Stunden-Video dazu gemacht habe und sind wirklich so die ersten Erfahrungen damit schon mal eingefangen und dann schauen wir mal, wie sich es über die Zeit hält. Weil der große Nachteil davon ist, ich habe ständig höllisch Angst um das Ding. Wenn die Kinder nur schon in die Nähe kommen, klappe ich es zu und ich habe auch Angst, dass ich es irgendwie zerkratze oder sowas. Ja, weil ich halt auch diese Videos schon gesehen habe, wo die Leute gesagt haben, uh, wir müssen darauf aufpassen. Mein schaut inzwischen so aus, schau mal. Man sieht, da oben haben wir so ein bisschen Fingerabdrucke, da unten. Zum Vergleich, wir haben noch gar nicht verglichen. Ich lausiger Vergleicher. So schaut das Normale aus. Erstens reflektiert es natürlich wie verrückt. Schaut mal, und es ist voller Fingerabdrucke. Können Sie mal nebeneinander halten. Das ist natürlich umfällig. Das machen wir beide in Sperren. Schwupps. Die Homescreens sind auch ungefähr identisch. Und dann haben wir hier das Glanz und hier das Matte. Ich mache dann mal noch ein sauberes Video, wo man es wirklich sehr, sehr sauber nebeneinander hält. Hier ist jetzt einfach alles mal so erste Eindrucke. Und das Ding ist wirklich jetzt, wo ich auch wieder drauf gucke, das hier sieht einfach aus wie ein iPad. Da reflektiert ein bisschen was vom Rumrum und da hat es einfach digitale Sachen drauf. Das hier sieht einfach ganz, ganz anders, das sieht einfach so ungewohnt aus. Als wäre es wirklich ein virtuelles Fenster, weil es einfach nicht reflektiert drauf und die Sachen einfach da kleben. Es hat so ein bisschen diesen E-Ink-Effekt, wo die Schrift auch einfach so drauf klebt. Es ist natürlich nicht ganz so knackig und glänzig wie das andere, aber es ist wirklich erstaunlich. Und dass das Schwarz hier nicht ganz so schwarz ist wie beim anderen, ist mir im Alltag nicht aufgefallen. Klar, wenn ich es eben, wie gesagt, nebeneinander habe, dann sieht man schon, dass das hier ein bisschen mehr noch hat. Aber seien wir ehrlich, die meisten Menüs sind sowieso selten schwarz. Meistens hat es so verschiedene Graustufen, beispielsweise in Final Cut ist auch, da ist praktisch nichts schwarz da in Final Cut drin. Das ist das Nano Final Cut und dann schauen wir hier noch das andere Final Cut. Da haben wir auch ein Projekt. Das schaut dann so aus. Ja, also das ist wirklich erstaunlich und da bin ich jetzt wirklich ausgesprochen gespannt, wie sich das im Alltag schlägt. Und was wir noch vergessen haben, in der Box ist noch etwas, was wir noch angucken müssen. Da ist nämlich noch was versteckt. Unter all dem Papierkram ist das patentierte Apple Putztüchli wieder dabei. Das ist sogar erklärt. Nicht mit Wasser Cleaning the Display Display reinigen Reinige dein iPrep Pro Display nur mit dem mitgelieferten Poliertuch. Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen kannst du in unregelmäßigen Abständen eine Lösung aus 70%igem Isopropylalkohol IPA verwenden. Sprühe die Lösung niemals direkt auf das Display. Weitere Ersatzpoliertücher kannst du über Apple.com beziehen. Ich habe zum Glück noch ein anderes, was ich da vom Studio Display her habe. Aber das hier ist nicht dasselbe. Das hier ist feiner, habe ich das Gefühl. Weniger filzig. Das da Studio Display tucht, das das neue fürs iPad. Und dann muss man einfach gucken, das Ja, probieren wir es mal zusammen. Ich bin jetzt auch gespannt. Ah, da hat es einen Fussel gegeben. Weg da. Kriegen wir das da wieder weg? Da dieses... So sieht man es. Sieht ein bisschen aus wie das Huawei-Logo. Zwirbel, zwirbel, zwirbel. Ja, fast weg. Ich da gleich dabei bin. Ah ja, seht ihr mal? Das ist schon praktisch wieder weg. Da in der Mitte hat es noch ein bisschen... Ja, im Video sieht man es besser. Ich muss immer oben in der Kamera gucken. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist es also praktisch ganz verschwunden. Und wie gesagt, sobald man das Display einschaltet, ist es eh kein Problem. Ich frage mich einfach, wo ich dieses Tüchli jetzt lagern soll. Ich denke, das nehme ich auch einfach jeweils in der Tasche dann noch mit. Und muss man da gucken. Nein, aber insgesamt, dieses Nano-Display hat mich überrascht. Ich dachte wirklich, das ist etwas, was man dann vor allem für draussen nutzt und sowas. Aber ich glaube, es ist ähnlich wie dieses 120 Hertz, das Promotion, auch in erster Linie ein Komfort-Feature. Es macht wirklich viel mehr Spass, als ich dachte. Und ich verstehe jetzt Leute, die sich ärgern, dass man da die große 1 Terabyte Speichergrösse für kaufen muss. Aber vermutlich ist Apple wirklich anfangs ein bisschen konservativ, weil es ein bisschen neu ist, weil die Leute vermutlich andere Erwartungen haben und weil es vielleicht eben ein bisschen anfälliger ist. Also von daher, ja, ich bin da jetzt also unendlich gespannt auf die Langzeiterfahrungen damit. Aber ihr seht schon, ich glotze wieder selten blöd ins iPad rein. Aber man kann einfach nicht weggucken. Also das ist mir wirklich aufgefallen, wenn ich das iPad jemandem gezeigt habe und die Leute immer sofort drauf geguckt, weil es einfach, es sieht so anders aus. Also, ja, also wirklich ein bisschen, das ändert alles. Und surreal. Also das darf man in dem Fall, darf man diese Superlative, die sonst ein bisschen zu oft verwendet werden, auf YouTube wirklich verwenden. Ganz, ganz erstaunlich, dieses Nano-Glas. So, jetzt habe ich wieder viel zu lange drüber geredet, aber ihr seht, es gibt wahnsinnig viel Redebedarf dazu. Und meine Gedanken dazu sind auch noch so ein bisschen überall verstreut und verzettelt, weil ich auch noch nicht so recht weiß, würde ich jetzt jemandem empfehlen, das zu kaufen? So viel teurer ist es ja nicht. Also von daher, also wenn man das eh das 1TB nimmt, wenn man es natürlich sonst will, ist es natürlich deutlich teurer. Und weil ich noch nicht so weiß, wie empfindlich es ist, würde ich jetzt da mal mit Empfehlungen noch sehr, sehr zurückhaltend sein. Aber da bin ich natürlich auch auf euch angewiesen, weil ich weiß, ein paar von euch haben sich das auch gekauft. Und da bin ich jetzt unendlich gespannt, wie es euch damit gibt. Mir haben auch schon ein paar Leute geschrieben, sie hätten das gekauft und gleich wieder zurückgegeben, weil es nicht cool gewesen wäre. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Also ja, da bin ich wirklich unendlich gespannt. Also das ist jetzt mal der Anfang der großen Nanotextur-iPad-Reise hier im Kanal. Aber allein schon, um Sachen in den Videos zu zeigen, ist es einfach genial. Das war ja für mich die erste Überlegung davon. Ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass es so cool ist, das für alles zu nutzen. Ich dachte, es sei ein bisschen Special Interest, aber ich glaube, es eignet sich für alles. Aber schauen wir mal jetzt, reicht es wirklich. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael weiß ja noch gar nicht, was er damit anfangen soll. Daumen nach unten. Ja, wie gesagt, nach 24 Stunden ganz, ganz viel Begeisterung, aber auch so ein bisschen Unsicherheit. Und ja, mal schauen, wie sich das einpendelt. Und ich bin vor allem eben auf eure Kommentare gespannt. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Falls ihr weitere Videos zum Nano-Display sehen wollt, wo wir dann auch mal wirklich sauber vergleichen und nicht nur einfach schnell improvisiert. Schließlich ist Wochenende, aber haben so viele gefragt, dass ich da einfach mal ein schnelles Video zu gemacht habe. Also unbedingt Abo abschließen, dann verpasst ihr das nicht. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.